Am 19. Juli 2014 wurde die Finissage der Ausstellung vom Arbeiterheim zum Urhof 1914 bis 2014 im Grünbacher Hof gefeiert. Ganz Grünbach kam zu der Abschlussfeier, so könnte man meinen. Die Ausstellung, die in verschiedene Zeitzonen gegliedert ist, wurde noch von vielen Besuchern besichtigt. Die Exponate der Ausstellung wurden von den Grünbacherinnen und Grünbachern zusammengetragen und zeigt einen Überblick der 100-jährigen Geschichte des Grünbacher Hofes bzw. des Arbeiterheimes. Für diese Arbeit, aber auch für die Renovierung, Restaurierung und Aktivierung des Grünbacher Hofes bekommt der Verein Urhof 20 den Kulturpreis vom Land Niederösterreich für Erwachsenenbildung. Und da das Arbeiterheim, also der Urhof, jetzt auch den Schwerpunkt Performance eingeführt hat, den Grünbacher und Grünbacherinnen nähergebracht hat, erklärt Frau Franzi, was denn eigentlich Performance ist. Zunächst aber, was Happening sein könnte. Ein improvisiertes Ereignis direkt mit und vor dem Publikum. Und wisst ihr, was das Ziel vorhanden ist? Richtig, das ist die Schockierung des Publikums. Jetzt dann werden sie ein bisschen fürchten, gell? Zu rechnen, weil jetzt dann noch mal halten. Richtig, das ist die Schockierung des Publikums. Richtig, das ist die Schockierung des Publikums. Performance, das ist was die Bär heute macht. Und da steht im Internet, das ist nicht wie eine Aufführung vorkonstruiert. Die Performance ist ein Prozess. Das heißt, die Bär spielt uns heute nichts vor, sondern die lebt das. Bei einer Performance ist der Grünster das Medium. Mit dem hat sie jetzt nicht gerecht. Und dann ist gestanden. Und hat geschaut. Schliesslich führt Bär von Schrader und ihr künstlerisches Team eine Performance zu tagesaktuellen Geschehen auf. Bär von Schrader und der Schrader und der Schrader und der Schrader. Bär von Schrader und der Schrader und der Schrader und der Schrader. Bär von Schrader und der Schrader und der Schrader und der Schrader. Bär von Schrader und der Schrader und der Schrader und der Schrader. Musik 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 Und nun kann das Urhof 20 Team den Abend genießen und ihren Erfolg feiern. Musik Der Urhof, das Grünbacher Haus, gehört noch immer renoviert. Ganz dringend ist das Dach. Spenden können gerne an diese Kontonummer eingezahlt werden. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020